So meine Freunde, heute will ich mal ein Thema bearbeiten, was ich noch gar nicht auf dem Kanal behandelt habe. Und zwar Programmierungsfehler, beziehungsweise Fehler, die Nintendo gemacht hat beim Entwickeln von Mario-Spielen. Und es gibt wirklich unzählige, deswegen, sollte euch das Format gefallen, lasst ein Abo da, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Mit Mario Maker geht's auch bald weiter und ich würde sagen, beginnen wir mit dem ersten. Der erste Fehler, den ich euch heute präsentiere, ist aus dem Kultspiel Mario 64 für den Nintendo 64. Und zwar ist es auch gleichzeitig eines meiner Lieblings-Mario-Spiele. Und es ist mir selber nie aufgefallen, weil ich halt immer die deutsche Version gespielt habe. Aber in der meistverkauftesten englischen Version gab es einen peinlichen Rechtschreibfehler. Denn die meisten von euch wissen ja, wenn man 120 Sterne sammelt in dem Spiel, was alle sind, schaltet man die Kanone vor dem Schloss frei und man kann sich aufs Dach schießen lassen. Und dort, als kleines Easter Egg, findet man dann Yoshi vor, den man sogar ansprechen kann und der eine Textbox hat. Und zwar sagt er im Englischen, Mario, it dead really you. Also die haben einfach das T anstatt das S hingeschrieben. Was einfach, finde ich, für so ein 120 Sterne, man macht das Spiel auf 100 Prozent. Und das Spiel ist wirklich makellos vom Level-Design, vom Spaßfaktor. Und dann bei so einer Sache, kurz vor der Zielgerade, haut Nintendo so einen Rechtschreibfehler rein. Einfach nur lustig. Was auch ein Fehler ist, beziehungsweise es kann nicht bedacht sein von Nintendo, ist, wenn man bei Mario 64 ins Wasser springt. Weil ihr kennt ja alle normalerweise, wenn man schade Mario 64 nimmt, sammelt man Münzen ein und man heilt sich wieder. Aber wenn man ins Wasser springt, taucht und dann wieder an die Wasseroberfläche schwimmt, heilt man sich von alleine, was eigentlich eine Mechanik ist, dass, wenn man kurz vorm Ertrinken ist, dass man danach sozusagen sich wieder rettet. Aber man kann damit einfach jeden Schaden heilen. Was ist das, Leute? Eigentlich muss man da Münzen sammeln. Schreibt mal bitte in die Kommentare, glaubt ihr, Nintendo hat das mit Absicht gemacht? Dass man bei Mario 64 ins Wasser springt, man kann an die Meerungsoberfläche und Mario heilt sich aus Magie? Jetzt habe ich einen legendären Spielfehler, beziehungsweise Programmierfehler aus Mario Sunshine. Eines meiner Lieblings-Mario-Spiele. Und zwar gibt es ja da diese ganzen Shine-Sprites und sonstiges. Und wenn ihr einen Shine-Sprite einsammelt, während ihr gerade ein Graffiti mit Wasser von der Wand ablöst, dann hängt sich einfach das ganze Spiel auf. Es sieht total komisch aus. Die Musik ist weg, die Animation ist ganz komisch und auf einmal hängt sich das ganze Spiel auf und es ist ein Softlock und es ist auch nicht gespeichert. Natürlich passiert das nicht alltäglich jetzt bei Mario Sunshine. Mir selber ist das nie passiert, weil sie auch selten zu der Situation kommt. Aber trotzdem ist das schon natürlich immer ein Fehler, wenn Softlocks überhaupt in Spielen existieren. Als letztes habe ich wirklich einen absurden Glitch, beziehungsweise auch eine Art Softlock. Und zwar in dem ganz klassischen alten Super Mario Bros. Und zwar kennt ihr ja wahrscheinlich alle den Warp Room in der Welt 1.2, beziehungsweise 1-2. Dort kann man ja über der Map sozusagen laufen in den Warp Room. Aber viele von euch werden auch den Längen der Glitch kennen, dass man so, wie hier gerade eingeblendet, bei dem Rohr sich einfach sozusagen längs backen kann, Out of Map. Und dann landet man ja auch in den Warp Room. Aber diesmal ist alles anders. Sobald man nämlich in die vierte Röhre reingeht, kommt man in die Minuswelt. Oben bei der Welt seht ihr nämlich nur noch nichts und dann Minus 1. Und das ist letztendlich ein Wasserlevel. Und wenn man stirbt, landet man wieder genau ganz am Anfang dieses Levels. Und wenn man schafft, dieses Wasserlevel durchzuspielen, landet man auch wiederum am Anfang. Also es ist eigentlich eine Endlosschleife, man ist gefangen. Und es ist einfach nur auch wieder so eine Art Softlock und ein Bug. Alleine, dass man da oben überhaupt bei der Röhre rein kann, so Out of Map über den Texturen sich längs glitchen kann, das ist schon einfach nicht ganz normal. So, das waren die Spielfehler-Fails, die Nintendo in einige Spiele eingebaut hat. Falls ihr welche kennt, schreibt sie unbedingt in die Kommentare. Und falls ihr mehr sehen wollt, Daumen nach oben, Abo da lasst. Und ich würde sagen, ciao und tschüss, euer Theo.